Hallo, liebe Muttersportmagazin.com leser. Samstagabend hier in Silverstone. Das Koldefäng ist vorüber, Marc Marquez steht auf der Pole Position, neben ihm Corche Lorenzo. Dani Bedrosa auf der 3 und Reihe 2 führt Valentino Rossian auf Platz 4. Die großen vier letzten Jahre, also quasi auf den ersten vier Plätzen, eine Aufgangssituation, wie man sich das eigentlich besser gar nicht wünschen könnte für diesen Großbritannien-Grundbrief. Ein Vierkampf in der Spitze war natürlich das, was wir uns alle wünschen würden. Es sieht aber im Moment eher danach aus, dass es zwei Zweikämpfe werden. Es ist Lorenzo gegen Marquez in der Spitze und den Sieg. Die zwei haben über das ganze Wochenende die mit Abstand beste Pace gezeigt. Dahinter dann Dani Bedrosa gegen Valentino Rossi um Platz 3. Rossi fürchtet sogar, dass vielleicht seine Podiumserie hier, als der bis jetzt in jedem Saisonrennen auf dem Podium bestanden, eventuell reißen könnte, da Bedrosa wie gesagt auch eine überaus starke Fäße an den Tag gelegt hat. Was ich meinte aber, auf einer derart langen Strecke wie hier, kann eine Kleinigkeit, die eine nur in jeder Kurve ein paar hundertstel Sekunden bringt, vielleicht relativ viel ausmachen. Also mit einer kleinen Verbesserung morgen im Warmer wäre vielleicht auch nach vorne noch etwas mehr möglich dick. Sache ist aber die, das Warmer am Morgen könnte möglicherweise nass sein, oder zumindest noch feucht. Regen ist bis ca. 8 Uhr in der Früh prognostiziert aktuell. Dann soll es aber auftrocknen. Die Rennen sollen aller Voraussicht nach trocken bleiben. Ganz genau kann das allerdings beim Wetter hier in Silveston nicht sagen. Es ändert sich fast stündlich eigentlich. Die Wolken sind immer wieder durch. Es geht der Wind. Immer wieder leichter Regen. Durchaus also auch ein Flag-to-Flag-Rennen. Also ein komplettes Regenrennen morgen möglich. Spannend wird es auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ihr euch hoffentlich auch. Viel Spaß und bis morgen. Tschau. Doppose. Jereg´s Fisch. Villiers,